Unser Einsatzstiftwort war 1VU. Auf der Anfahrt habe ich gehört, dass eine Person eingeklemmt ist, zwei Personen sich selber befreien konnten. Vorgefunden haben wir zwei Fahrzeuge, die kollidiert sind, dabei ein Fahrzeug leer war, also die Passagiere ausgestiegen, im anderen Fahrzeug war eine Person eingeklemmt am Fahrersitz. Also wir haben letztendlich der Rettungsdienst erstmal die Person versorgen lassen und nach Absprache mit dem Rettungsdienst dann die Rettung vorgenommen mit schwerem Gerät, also hydraulische Rettungsgeräte. Wir waren mit sechs Fahrzeugen und 23 Mann und Frau an der Einsatzstelle. Die Rettung des Rettungsgeräten wird im Ringgeläts als Strom abgeschaltet in den Rettungsgeräte. Die Rettungsgeräte für Kultur in die Rettungsgeräte sehr beleidigt. Der Kommissar in der Reihe wird ausgestattet, die Kompass. Untertitelung des ZDF, 2020